Herzlich Willkommen zu dieser Videoreihe rund um die Global Convention von doTERRA 2019. Sigrun Tschech und ich vom Team FIT im Alltag durften in die USA reisen, nach Salt Lake City, um dort an der diesjährigen Global Convention teilzunehmen. Da gab es natürlich wieder sehr viele Infos, sehr viele coole Themen und auch tolle Bekanntschaften mit richtig coolen Leuten. Aber ich habe auch im Vorfeld schon gefragt, was euch denn speziell interessiert. Denn ich bin natürlich auch dort, um euch mit Informationen zu versorgen. Einige Leute wünschen sich Infos zu den neuen Produkten, andere zu Kinderartikeln und auch vieles mehr. Aber jetzt habt ihr nochmal die letzte Chance, euch zu wünschen, was ihr denn gerne wissen möchtet. Denn es wird einige Videos geben, die über die Convention gehen, was dort besprochen wurde, welche Studien veröffentlicht wurden und 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 und. Es gab so viel Inhalt, dass ich das wahrscheinlich gar nicht alles verarbeiten können werde. Aber das, was euch interessiert, liegt mir natürlich besonders am Herzen. Also schreibt mir jetzt nochmal gerne in die Kommentare, was euch interessiert. Außerdem natürlich bekommt ihr einen Einblick, wie allgemein diese Convention dort abläuft und was auch vielleicht der Unterschied ist zur European Convention und der Global Convention. Also freut euch darauf, speziell die Leute, die mir nicht auf Social Media folgen. Denn dort, insbesondere auf Instagram, habe ich sehr viel live geteilt. Das ist jetzt leider nicht mehr online, aber viele Eindrücke davon werdet ihr auch in den kommenden Videos mitbekommen. Also abonniert unbedingt den Kanal, wenn ihr das nicht verpassen wollt. Guckt auch gerne mal in der Videobeschreibung auf den ganzen Links vorbei, was zum Beispiel auf anderen Conventions schon stattgefunden hat. Und zum Schluss nochmal eine kleine Werbung. Vor einigen Wochen habe ich einen Online-Shop gestartet, auf dem ich Bio- und Fairtrade-Mode für ätherische Öle-Liebhaber verkaufe. Das bedeutet, ihr könnt euch gerne vorbeischauen und mit dem Code LAUNCH2019 10% auf eure erste Bestellung sparen. Damit unterstützt ihr mich und ich kann euch noch viel bessere Inhalte zur Verfügung stellen. Außerdem natürlich ist es auch sehr gut für die Umwelt, weil ich hier, wie gesagt, besonders darauf achte, dass es Fairtrade und unter biologischen Umständen hergestellt ist. So ist auch zum Beispiel die Tinte, die wir zum Drucken verwenden, PETA getestet, das heißt ohne eben Tierversuche entstanden und giftstofffrei. Solche ganzen Vorzüge und noch viele mehr findest du auch auf der Webseite. Also schau unbedingt mal rein und vergiss nicht, dass du 10% direkt bei deiner ersten Bestellung sparen kannst. Das war's nochmal mit dieser kleinen Werbung. Ich freue mich auf deine Fragen, ich freue mich auf die Sachen, die dich interessieren. Und dann abonniere, wie gesagt, gerne den Kanal, um die nächsten Videos nicht zu verpassen. Bis dahin, bleibt gesund, euer Vincent. Bis dahin, bleibt gesund, euer Vincent. Untertitelung des ZDF, 2020